ja hallo herzlich willkommen bei neverball und wir spielen weiter darüber in der letzten folge stehen geblieben sind sie werden wohl nie wieder heimkommen das werden wir erst mal sehen ja ich will das gar nicht ausmachen ich glaube ich muss ja mal bevorzugt die blauen münzen einsammeln so eigentlich drunter dort zu der blauen münze möchte ich bitte mit den teleportern da komme ich wieder zum start zurück würde ich einfach mal vermuten ich probier's mal aus nee oder auch nicht oder auch hier okay da haben wir jetzt war ja doch nicht so schwer jetzt bin ich wieder hier am anfang nein level 10 ist nicht wahr okay gott dann mal 50 münzen müssen eingesammelt werden ich glaube dass da müssen wir hier oben alle mitnehmen halt 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 stop 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 andere richtung gott ist nicht wahr und jetzt vorsichtig dort runter langsam 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 halt 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 nicht 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 runterfallen nein 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 halt 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 bitte nicht oh gott das war es aber schon sehr knapp leute ich habe es schon gedacht wir fallen hier runter dürfen das ganze noch mal machen hier kann man mit mut dort gerade runterfallen ich glaube nicht dass ich das will oder vielleicht mal für die show sowas machen na komm leute so sind wir ja auch nicht vielleicht klappt oh nein es hat nicht geklappt okay ein versuch war es wert dann war mal zu schnell schon von anfang an gewesen halt 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 mit ein bisschen langsamer an geschwindigkeiten was vielleicht geschafft aber so langsam jetzt hier runter ich glaube nicht die kamera perspektive noch ein bisschen mit drehen ob das dann funktioniert dass ich dann immer ich sag mal so dieser sicht von vorne habe ja ich glaube das funktioniert besser jetzt kommen wir nämlich schon deutlich langsamer und und geschmeidiger herunter und halt 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 so ich lass es ich fahr jetzt hier nicht runter und ins ziel halt 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 und runter vorsichtig und das ist auch noch so extrem auf zeit nein okay jetzt müssen wir ein bisschen gas geben und ich sage gas geben dann meine ich das garantiert nicht halt oder auch nicht ja so geht es natürlich auch und da haben wir schon mal enorm abgekürzt bringt uns bloß nix oder bringt uns das ganz knapp was bringt uns nix leute guckt euch das an und es fehlen noch drei münzen nein 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 es wird also gar keinen sinn machen hier irgendwie abzukürzen weil das dann gar nicht reicht für die für den endstand oder 20 30 münzen gab es hier oben das müsste also irgendwie doch reichen aber ich will es eigentlich ohne provozieren sag ich mal so rüber 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 ein bisschen gas geben langsamer 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 und jetzt schnell einsammeln die restlichen drei holen wir uns da unten nicht das war jetzt recht eng halt 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 so jetzt holen wir uns hier drei münzen noch und dann ins ziel auch nicht schon wieder level 10 level 11 sind wir jetzt nein ich glaube nicht wenn sie werfen sie stets ein auger auf den schatten um den hüpfenden ball zu kontrollieren und vergessen sie nicht die maustasten um die kamera zu rotieren meinen die das hier ach cool mit der maus geht das so fetzig 20 münzen jetzt brauchen wir noch 6 münzen halt 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 und runter und runter und die letzten zwei oder halt hier direkt mal die blaue münze einsacken und ins ziel ich hoffe ich kann jetzt hier direkt runter vorwärts nächster level level 20 dieses level labyrinth hat keine wände doch das macht es auch nicht einfacher die lösung zu finden okay wenn du meinst wir gehen mal hier rein wo landen wir da irgendwo anders ich glaube ihr macht es nur sind einfach münzen zu sammeln und dann das ziel zu suchen halt in die mitte ne ich will dort rein hier will ich jetzt rein jetzt hier gibt es noch ein paar rote münzen so was möchte ich hier rein nein 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 da war schon das ziel und das ist sogar noch innerhalb der zeit und da sind wir im ziel ich mache kurz die heizung hier ein bisschen aus weil so kalt ist es draußen ja auch nicht mehr nächstes level level 13 lassen sie es langsam angehen um den rand fern zu bleiben oder auch nicht beides könnte funktionieren okay okay das heißt hier gibt es wahrscheinlich irgendwelche geheimen abkürzungen halt 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 so einmal ich glaube man sollte hier wirklich schon mal die kamera mit drehen sonst so drehen halt andere richtung und ab dafür halt 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 wieder drehen und langsam hinunter und drüber hinausgerollt na komm 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 so hier war es glaube ich die stelle wo wir rausgeflogen sind da holt man es langsamer aber die zeit sitzt uns doch ganz schön im nacken halt das hätte gereicht so ist das bitter das hätte gereicht los 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 das hätte nicht gereicht aber wie meinen die das mit dem abkürzen ok weiter 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 der heiße draht ist nichts dagegen hier das wäre auch was für einschlägige fernsehspiel die show ist hier solche level ist meine meinung so langsam 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 wie es war aber gerade schon knapp und jetzt müsste es eigentlich reichen und jetzt müsste es eigentlich reichen ja dieser eine schalter kontrolliert alle fünf barrieren seien sie schnell denn er ist mit einem timer verbunden ist abgelaufen werden die barrieren wieder gehoben klingt ja nicht klingt ja nicht nicht toll klingt ja nicht na ich will noch nicht dort rein aber jetzt so jetzt hebt er die ab ach so ich muss bloß genau eine eine münze sammeln sehe ich gerade das heißt wir brauchen eigentlich bloß jetzt hier einfach mal eine ansatten oder auch nicht ob das klappt wenn ich einfach mit vollgas und erhebt sich schon wieder okay jetzt gehen wir mal richtig gas ja und go 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 yes wie zuvor doch aufwärts statt abwärts diesmal ist schummeln unmöglich hat man wenigstens mehr zeit naja natürlich nicht sogar weniger kann das sein los 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 aaaaah ist das dumm los so wir konzentrieren uns jetzt einfach hier drauf hier 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 bei der die jahre Also D muss ich immer drücken, wenn ich die Kamera anpassen will. Hoffentlich klappt das jetzt besser. Na los, komm schon. Das hätte vielleicht gereicht. Unter Umständen. Jetzt Ruhe bewahren und ins Ziel damit. Wie viele Level haben wir denn jetzt noch? Ach, das mache ich noch hier, das ist Level 16 und dann die letzten vier gibt es dann einfach in der nächsten Folge. Diese Brücken sind schräg, jede ist enger und steiler als die vorherige. Nehmen Sie das schnelle Geld oder gehen Sie den ganzen Weg für die ganze Belohnung? Ja, okay. Das heißt, hier ist extremes Balancieren geframt. Wow. Ja. Was ist das? Ja. 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 Das ist so wirklich schön, wenn ich jetzt... Wenn ich mir hinten diese schmale Brücke sehe, da wird mir schlecht. Um ehrlich zu sein. So, und jetzt einfach hier vor. Ah, ist das verdammt. So, die Münze, die lassen wir einfach mal dort stehen. Halt! Jetzt haben wir es mal ins Ziel. Oh, cool. Nächstes Level ist dann das hier. So, hier werden Sie die Kamera kontrollieren müssen. Drücken Sie auf 3, um auf die manuelle Kamera rumzuschalten. Und verwenden Sie die Maustaste, um sie zu rotieren. Drücken Sie auf 1, um zur automatischen Kamera zurückzukehren. Das sage ich mal so, wie es ist. Das sehen wir dann in der nächsten Folge von NeraBall. Bis dahin, tschüss und schönen Tag noch. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.